Ein Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses stellt die dritthäufigste Todesursache in Deutschland dar. Wenn alle Betroffenen sofort eine Herzdruckmassage erhalten würden, könnten jedes Jahr ca. 10.000 Leben gerettet werden. Merk dir diese drei einfachen Schritte und dann kannst auch du Menschenleben retten. Erstens prüfen. Überprüfe, ob die Person bewusstlos ist durch leichtes Rütteln und Ansprechen. Prüfe, ob die Person eine normale Atmung hat. Zweitens rufen. Ruf die 112 oder lass den Notruf von jemand anderem machen. Drittens drücken. Gib der betroffenen Person eine Herzdruckmassage, bis der Rettungsdienst eintrifft. Drücke dazu fest auf die Mitte des Brustkorbs mit einer Frequenz von ca. 100 Mal pro Minute. Um im richtigen Rhythmus zu drücken, kannst du bei der Herzdruckmassage an Staying in Life von den Bee Gees oder Highway to Hell von ACDC denken. Also merk dir, prüfen, rufen, drücken. Dann kannst auch du Leben retten.